So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Modul der speziellen Steuerlehre. Wir machen weiter mit unserer Beteiligung und zwar folgender Sachverhalt wartet auf uns. Erläutern Sie alle handelsbilanziellen und steuerbilanziellen Konsequenzen und mögliche außerbilanzielle Korrekturen für folgenden aufbauenden Sachverhalt. Also wir knüpfen wieder an die Sachverhalte aus den vorherigen Videos an. Ich habe aber soweit alle Informationen, die wir jetzt für diesen Sachverhalt brauchen, mit aufgenommen. Die Situation der XGmbH verbessert sich in den Folgejahren. Das ist der entscheidende Satz hier. Verbessert sich in den Folgejahren deutlich. Auf Basis von Ertragswertverfahren wird der Beteiligung nun ein Wert von 60.000 Euro beigemessen. In Periode 1, das ist der erste Sachverhalt, den wir uns angeschaut haben, wo die Beteiligung handelsbilanziell und steuerbilanziell zu 50.000 Euro bewertet. Das ist die Zugangsbewertung. Und in den Nachfolgeperioden haben wir eine Folgebewertung vorgenommen. Und zwar hier wurde die Beteiligung handelsbilanziell und steuerbilanziell zu 35.000 Euro bewertet. Das war die Wertminderung. Wir haben hier abgeschrieben um 15.000 Euro auf 35.000 Euro. Nur kurz im Hinterkopf haben, was wir bereits gemacht haben. Jetzt schauen wir uns die Wertaufholung an. Und auch hier unterscheiden wir wieder zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz. Handelsbilanz und der Steuerbilanz. Schaut euch gerne nochmal die Videos bei uns auf dem Channel in der Playlist der speziellen Steuerlehre an. So wie auf unserer Website, denn dort findet ihr einen Fragenkatalog zu diesem Modul. Ansonsten packe ich euch wie immer alles weitere Unterhalt des Videos in die Videobeschreibung hinein. Für Anregungen, Kritiken etc. gerne die Kommentare nutzen. So, das zum Thema Vorgeplänkel. Jetzt aber hier zu unserem Sachverhalt. Folgebewertung wie auch die Zugangsbewertung finden wir im HGB, Paragraph 253. Wir müssen allerdings jetzt hier in den Absatz 5 hinein und dort in Satz 1. Ich trage euch das einmal kurz vor. Und zwar, ich habe das soweit schon aufgeschlagen hier. Ein niedrigerer Wertansatz nach Absatz 3, Satz 5 oder Satz 6 und Absatz 4 darf eben nicht beibehalten werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen. Und daher habe ich das hier mal markiert. Der entscheidende Satz ist, dass die Situation der XGmbH sich in den folgenden Jahren deutlich verbessert. Das heißt, die Gründe bestehen ja nicht mehr für die Wertminderung. Das heißt, sie müssen hier zuschreiben. Im externen Rechnungswesen würde man hier die Buchung vornehmen und zwar Beteiligung an Zuschreibung. Das aber zum externen Rechnungswesen. Und ja, dementsprechend müssen wir hier nach 253 Absatz 5 Satz 1 eine Folgenbewertung vornehmen. Wir schreiben also auf Handelsbilanziellfolgebewertung. Ich schreibe nochmal in Klammern hin, Wertaufholung, auch wenn das oben in der Überschrift steht. Wertaufholung gemäß Paragraf. Und jetzt ganz konkret auch die Rechtsnorm angeben. Paragraf 253 Absatz 5 und hier dann eben der erste Satz. Satz 1 HGB. Ja, jetzt stellt sich allerdings die Frage, welchen Wert sollen wir jetzt hier ansetzen? Denn hier steht was von 60.000 Euro, aber die Anschaffungskosten haben ja 50.000 Euro im Periode 1 betragen. Ja, und auch das steht im Gesetz und zwar im 253er des HGBs. Absatz 1 Satz 1 kennen wir schon aus dem ersten Sachverhalt. Und zwar Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten vermindert, um die Abschreibung anzusetzen. Das heißt, wir dürfen nicht über diese 50.000 Euro rübergehen. Wir dürfen jetzt hier nicht den Wert auf 60.000 Euro aufholen. Also schreiben wir hin in Verbindung mit Paragraf 253 Absatz 1 hatte ich gesagt und hier dann eben Satz 1 und das Ganze im HGB. Ja, was heißt das jetzt konkret hier? Konkret, das heißt, wir müssen hier zuschreiben. Zuschreibung und zwar in Höhe von 15.000 Euro auf 50.000 Euro. So, und dann hätten wir hier den Wert handelsbilanziell auch aufgeholt. Das zur Handelsbilanz. Dann kommen wir mal zur Steuerbilanz. Wenn ich jetzt gar keinen Plan habe, wie das Ganze steuerrechtlich zu bewerten ist, dann kann ich mich immer auf die Maßgeblichkeit beziehen. Das wäre hier eben der Paragraf 5 Absatz 1 Satz 1 im Hinterkopf. Die GOBs haben, also die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Die habe ich ja unter anderem in der Gewinnermittlung wie in der Unternehmensbesteuerung hier auf dem Channel behandelt. Schaut euch dort gerne mal um. Wenn ich keinen Plan habe. Ansonsten, wenn ich einen Plan habe, dann weiß ich, dass ich hier wieder in den Paragraf 6 hineinschaue, des Einkommenssteuergesetzes mit der Überschrift Bewertung. Das sagt der Name ja schon. Und hier in Absatz 1 Nummer 1 Satz 4. Und da steht, Wirtschaftsgüter, die bereits am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zum Anlagevermögen der Steuerpflichtigen gehört haben, sind in den folgenden Wirtschaftsjahren gemäß Satz 1 anzusetzen. Es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass ein niedriger Teilwert nach Satz 2 angesetzt werden kann. Diesen Nachweis, den können wir nicht mehr erbringen. Dementsprechend ist hier auch dann eine Wertaufholung vorzunehmen. Relevant wäre dann hier eben noch der Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3. Und zwar steht hier Nummer 1 Satz 4 gilt entsprechend. Das noch so am Rande, aber der entscheidende Punkt ist eben in der Nummer 1 Satz 4 zu finden. Ich schreibe das hier auch mal auf, dann habt ihr das Ganze auch zu Papier. So, Folgebewertung. Auch hier Wertaufholung. Ich schreibe es mal in die Klammer hinein. Lieber ein bisschen mehr aufschreiben als zu wenig gemäß und dann eben hier Paragraf 6 und dort Absatz 1 Nummer 1. Und jetzt schaut ganz genau, welcher Satz das ist. Das ist nämlich hier Satz 4 Ersttg. So, das Ganze in Verbindung. Kriegen wir das hier noch hin? Ich glaube nicht. Das heißt, mal neue Zeile hier nehmen. In Verbindung mit dem Paragrafen 6. Und gucken wir nochmal, Absatz 1, ja. Aber jetzt die Nummer 2. So, Satz 3. Lieber nochmal einmal zu viel gucken als zu wenig. Und ja. Dann schreiben wir nochmal hin. Das heißt, Zuschreibung. Zuschreibung in Höhe von 15.000 Euro. 15.000 Euro auf 50.000 Euro. Auch hier maximal in Höhe der Anschaffungskosten. Höher dürfen wir nicht gehen. Und jetzt nochmal ein Punkt, der relevant ist. Und zwar, wir haben eine Bedingung. Wer sich an den letzten Sachverhalt erinnert, der weiß, dass wir ein Wahlrecht hatten im Zuge der Wertminderung. Wir konnten in der Steuerbilanz abschreiben. Wir hätten aber auch die Anschaffungskosten beibehalten können. Und hier haben wir jetzt die Annahme bzw. die Bedingung, dass wir das Wahlrecht im Zuge der Wertminderung dann auch genutzt haben. Nutzung des Wahlrechts nach Periode 1. Wenn wir das nämlich nicht genutzt hätten, dann hätten wir jetzt hier auch die Anschaffungskosten beibehalten. So. Das nochmal so am Rande, im Hinterkopf haben. Deshalb steht ja auch aufbauender Sachverhalt. Aber entscheidend ist eben, dass, wenn ihr einen Sachverhalt habt, 253 im HGB und im Steuerrecht immer Paragraf 5 und Paragraf 6. Das sind die entscheidenden Parts. Und da steht so weiter alles drin. Das markiert ihr euch im Gesetz und dann seid ihr entsprechend gut aufgestellt. Ja, mal schauen, was wir halt noch machen. Ich hätte jetzt noch die Veräußerung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die hier machen möchte, weil das wäre dann hier vom Sachverhalt noch ein bisschen größer. Und da müssen wir noch mehr aufschreiben. Und ich habe mir ja vorgenommen, hier in der Playlist wirklich ganz kurze Sachverhalte zu behandeln. Und das Ganze nicht mehr so weit auszuführen. Aber okay, muss mal schauen, ob ich da Lust und Laude drauf habe. Ansonsten bedankt fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao.